Nürnberg, ihre Studios. Willi! Ähm, es wird full. Es wird full. Es ist TikTok oder so, Alter? Yes! Das ist so eine riesen Schlange im Weg. Hallo, stell dir vor. Wir gehen da so hinten. Ich sage, stell dich hinten an. Bravo Willi. Bravo Agi. Ja, mein. Alles voller Jürgenberger ist das. Und das hier. Ihr kennt mich, Freunde. Weil er heute nicht gekommen ist. Hat was verpasst. Hier ist der Laden. Das ist Omed. Wollen wir kurz rausgehen? Das ist so ein bisschen dieser wegen Supersound. Achmed BLN. Einer der schlechtesten Mods auf Twitter. Wenn ihr Scheiße baut bei Elis Chat, dann bannt er euch. Schiebt alle Schuld auf ihn. Also wenn ihr gebannt worden seid, schreibt mal gerne in die Kommentare warum. Und er entbannt euch dann, Leute. Bisschen Kommentare. Mittlerweile hab ich's mal sagen. Ich bin ruhiger. Bist du ruhiger geworden? Außer Subs im Ersten. Bruder, bei mir Subs, die dürfen mich beleidigen. Ist mir scheißegal. So lange das ab und zu weit kommt, ich mach. Mit meinem Bruder. Dann zeig mal deine Seiten, Bro. Tschüss, einer schwitzt vom Stehen. Du schlau bist ja sehr, Dorian Ernst. Bist du heute oder nicht? Bist du heute oder nicht? Wir haben grad Fastenzeit. Wir haben grad Fastenzeit. Scheiße. Normale Blog machen mit Dorian-Kamera. Oder du kannst einen auf dem Blockbuster aufnehmen. Den ganzen Klatsch. Bist du? Zuschauer zu deinem bewährten Outfit. Ernst? Ich sag Doki Doki heute super. Tschüss. Wollen wir kurz raus mal Action machen? Wommelt. Bra Nummer, Pass auf, Pass auf! Hey, ich glaube da kommt man hin. Diese Outfits sind hart. Ich finde die Rose hart. Also ich finde dich einfach hart hässlich. Wenn Roat dieses Video sehen sollte, du bist in meinen Augen ein fetter Pinguin. Ein Pommes-Panzer. Ich wünsche beleidigend. Ich wünsche Pommes-Panzer. Dönerwarte hat einer geschrieben in den Kommentaren, weil er so fette Wartenhaut. Edi, du hast das Kaste. Oh, Beine. Da ist der Pommes-Panzer. Die Dönerwarte. Ich guck, ne? Ich geh durch, geh durch. Pommes-Panzer. 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 Der ist einfach nur hisspanisch. Guck mal Dulln, der war drei Jahre noch Griseur. Er guckt auch nebenbei Fußball und so. Oh, Hennessy mit Weihnachten. Ich fasse. Du fasses doch auch, oder? Und das mit Bilo Bilo sehen und da. Hör'n. Danke an ihr. Klamotten, sehr sehr cool. Hallo? Was hast du bekommen? Ein Knöllchen? Oh, nee. War klar irgendwie, um ehrlich zu sein. Aber ist doch nicht schlimm, oder? Was mach ich jetzt damit? Ja, Bruder, du musst deinen Führerschein abgeben wahrscheinlich jetzt. Daniel, fick dich bei Gott. Daniel, kannst du schon packen? Nee, heul rum. Für 15 Euro, ich sag 60. Weil wir in Deutschland sind. Guck einfach, guck einfach. 55? 55. W-Zuschauer. Ws. Roland! Sproger! 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 W-Zuschauer! Ich hab ein Pen, ich hab ein Apple. Ah! Behöter dich. 1,2,3,4 I can't see a damn thing for 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2